Gebet, Angewöhnung an die Präsenz des Du. Im Gebet spürt man, dass man nicht aufblüht und sich entwickelt im Äusseren Tun, dass man unberührt ist von den Wogen der Oberflächlichkeit wie Erfolg und Misserfolg und gelungenen und misslingenen Beziehungen. In einem ist eine andere Welt die Dimension des Unvergänglichen, in der die Seele zu Hause ist. Dort wohnt man, auch wenn einem hier alle Wohn- und Existenzrechte streitig gemacht werden. Dort lebt man unberührt, auch wenn man im zeitweiligen Hier von allen Seiten bedrängt wird. Es ist das Aufblühen in der Unbeschränktheit. Die Fähigkeit des Gebetes, uns zu tieferer Selbsterkenntnis zu führen, gründet darin, dass es uns mit einer Person, mit Sri Krishna, konfrontiert. Gebet ist nicht Monolog, nicht Selbstspiegelung, sondern Gespräch, Begegnung mit einer anderen, von mir unabhängigen Individualität. Das ermöglicht einem einen Standpunkt ausserhalb seiner Selbst, von dem man sich weit objektiver und umfassender erkennen kann, als wenn man in blosser Selbstbeobachtung um sich selbst kreist. Der Betende bemüht sich, inne zu werden, dass Krishna nicht bloß der allherrschende und allgegenwärtige Gott ist, sondern das lebendige Du, das Gegenüber des Betenden. Gott ist jener, der mich kennt und meint, nicht nur als einer unter Unzähligen, sondern mich selbst, in der Einzigartigkeit und Unersetzbarkeit meiner Seele. Wohl bin ich so klein und unbedeutend vor ihm, aber es hat ihm gefallen, mich anzurufen und in ein Verhältnis zu sich zu ziehen, in dem ich mit ihm allein bin. In dieses Geheimnis der Liebe richtet sich das Gebet. Wohl ist Krishna überall, aber er ist es immer auf der anderen Seite, in der Verborgenheit. Und erst das Vertrauen in ihn offenbart etwas von seiner Gegenwart. Krishnas Gnade scheint nicht wie die Sonne, ohne unser Zutun und ohne unser Fragen. Er will, dass seine Güte den Weg durch das freiwillig geöffnete Herz geht. Ich darf den inneren Bezug der Anrede finden und ihn immer wieder herstellen, wenn er verloren geht. Immer wieder gleitet das Gebet in das bloße Selbstgespräch ab, oft sogar in den Ablauf von Worten. Die Rede immer wieder zur Anrede, das Selbstgespräch zum Zwiegespräch zu machen, ist die eigentliche Vorbereitung und die stets neu zu vollziehende Richtigstellung des Gebetes. Der Weg zu Krishna hin ist kontinuierliches Gehen und jeder neue Schritt enthüllt den Vorherigen als unvollständig. Das heisst, er bleibt ewig frisch. Lieber Krishna, ich muss nicht über die Meere reisen, muss keine Wolken durchstossen und muss nicht die Himalayas überqueren. Der Weg, der mir gezeigt wird, ist nicht weit. Ich muss meinem Gott dir nur bis zu mir selbst entgegen gehen. Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis ergänzen sich gegenseitig auf dem inneren Weg. Lieber Krishna, du siehst, dass ich nichts getan habe, deine Gnade zu verdienen. Es geht nicht um heldenhafte Leistung, gute Eigenschaften oder selbst errungene Erfolge. Ich muss keinerlei aussergewöhnliche Leistungen vollbringen. solange ich vor dir jemand sein möchte, der etwas anzubieten oder vorzuweisen braucht, kann ich nicht wesentlich, das heisst, mit meinem wahren Wesen bei dir sein. das heisst, vorzuhören, er ausgleichen, die die , die vorzuhören, die 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 das heisst, die her ber GI